Stuber erlaubt sich ja mal mit nach vorne zu gehen. Da ist er immer noch. Holger Bart, Stuber! Paul Goldtke, das ist gelohnt! Dieser Ausflug des Innenverteidigers und Paul Goldtke trifft 3-0. Länderspieltor 43, das Zusammenspiel 2er reiner Linksfüßer, Holger Bart, Stuber und Lukas Podolski. Haben Sie den Löw gesehen? Ich habe es euch gesagt, der Podolski macht heute was. Auch da, sagen wir mal so, gibt es Torleute, die sowas abwehren. Der Christian Grazai halt nicht. Applaus Vielen Dank.